So, liebe Kieneke, wir sind jetzt wieder los. Gut, guten Morgen, liebe Kieneke. Wir fahren jetzt zusammen auf den Semmering hinauf, weil ich kann diesen Plagiatsvorwurf natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich darf vorstellen, das ist mein Gaul, genannt Jollyjumper. Das ist meine sportliche Hose, meine Skiunterhose aus den 80er Jahren. Tja, und da vorne ist irgendwo der Semmering. Falls du jetzt jemanden schnaufen hörst, dann bin das nicht ich, das ist mein Gaul. Solltest du jemanden sniffen hören, das bin ich. Gut, fahren wir, würde ich sagen. Na, hier die Füße, die Drähten. Hier der Didi. Hier die Straße. Und leichter Sonnenschnee-Regen. Und wenn es einen Jepperer macht, ist mir das Handy auskommen. Gut zu fahren, aber etwas holprig. Meine sind gut. Ich hoffe, das ist nicht so. Ich wusste gestern, denen wir zu Zuschlagerl helfen, ihre Bierüberschüsse zu verdinken. Das ist mir gut gelungen. Da oben fahren die Loser. Das ist mir gut gelungen. Das ist mir gut gelungen. Das ist mir gut gelungen. Tempo 20, Berger auf. Da bin ich gut. Ja. Tempo 22. Das war's für heute. So, wir kommen jetzt zur ersten Metropole am Semmering. Ich nenne mich Steinhaus, glaube ich. Jo, mir gibt es doch nichts zu sagen. So, wir kommen jetzt an. Ups Ok, Spital aus Semmering Ok, Spital aus Semmering Seltsam So, damit du nicht einschlafst bei dieser Zen-Übung, schalte ich jetzt einmal ab, fahre ein Stück weiter und melde mich wieder kurz vor dem Gipfel. Bussi!